Ich sag's euch, ich bin so genervt von meinem Mitbewohner. Er räumt nie die Küche auf, er spült nie sein Geschirr ab, er macht alles dreckig. Wenn man ihn bittet, sauber zu machen, sagt er ja, ja und das war's. Er macht nie etwas, er macht nur Dreck. Er leiht sich Geld und gibt dir das Geld nicht zurück. Er spielt Musik, er spielt Gitarre. Er spielt nachts um elf, zwölf Gitarre oder kommt nachts um zwei nach Hause, ist total betrunken und macht super viel Lärm. Und ich muss schlafen, ich muss in der Früh aufstehen, ich muss arbeiten und das ärgert mich. So kann man nicht zusammen wohnen. In einer WG wohnen ist super, wenn der Mitbewohner cool ist. Aber so hast du nur Ärger. Und ich suche das Gespräch und ich will reden und ich will das lösen. Aber es hilft nichts. Es bleibt alles immer beim Alten. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.